Hallo Event Peppers. Erstmal vielen Dank für die Auszeichnung Künstler der Woche. Worauf ihr beim Jonglieren achten solltet ist, dass ihr immer einen gleichmäßigen Rhythmus haltet und nicht unterschiedlich schnell werft. Genauso, dass ihr nicht immer nach vorne oder zu weit nach hinten werft, sondern immer schön gerade nach oben.